wir haben ja das dorf gefunden gehabt und wir haben ja auch mit dem schamani oder was gesprochen oder mit dem letzten krieger hier und er hat uns erzählt gehabt dass die kinder und die frauen weg sind beziehungsweise im dschungel hier irgendwo und die wollen wir heute mal suchen gucken ob wir die finden können hat mir nicht davon auch noch ein gab ja stimmt hier sind gärtner wird auch irgendetwas angepflanzt hey du kann ich dir helfen kann ich dir helfen schöner garten hast gut gemacht ok wie sieht es aus mit essen trinken doch doch sind wir ganz gut dabei was haben wir überhaupt noch so ein paar bananen haben wir noch ja eine dose bisschen honig ok genau hast bestimmt recht hast bestimmt recht gut über immer gucken was haben wir hier noch ok das ist ein paar feile jahrzehn feile wird eigentlich ganz gehen gut sein stärker ja bis später ist es überhaupt 17 uhr ja ok immer hier unten links oder hinten ist aber auch irgendwie noch ein dorf oder hier vorne auch noch was ok was ist denn das hier ok da haben wir irgendwann eine spinne die machen wir mal weg weg damit die fall möchte haben haben wir haben wir haben hier mal ein bettchen gebaut ok na gut 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 die schnecke können wir dann aufpassen ok da haben wir einen fisch ok ein frosch äh wo war denn die schnecke da war die schnecke so dann war das dorf ähm dann war das dorf ja gar nicht so weit weg ich kann mich ein bisschen daran erinnern dass wir uns hier wirklich mal ein bettchen gebaut haben ähm dann sind wir von da glaube ich kommen oha was ist das denn ja uhr ein wasserfall hübsch hübsch ach du der frosch ok haben wir ein paar nüsse die frage ist jetzt nur ähm wo könnten wir jetzt die leute die kinder und die frauen suchen ne wir haben ja auch immer noch nicht das dorf gefunden gehabt was wir eigentlich finden wollten hm oh da haben wir ein ein Ei ein Vogel ja der Vogelnässe bin mir auch mit haben wir keinen Platz mehr dafür ah ok wir haben drei Vogelnäste und ein Ei haben wir auch ja gut ähm wir haben 18 Uhr wollen wir uns erstmal ein bisschen hinlegen zum schlafen und dann am nächsten Tag suchen oder wollen wir jetzt nochmal weil jetzt wird ja auch dunkel ne ich glaube wir legen uns mal ein bisschen hin wir hatten ja hier vorne ein Bett gehabt haben wir nicht irgendwie einen Bananen hier oder was ne das ist eine Blume Maus ach schade na gut dann legen wir uns einfach hin zum schlafen und ähm so kriegen wir auch ein bisschen mehr Energie ich stehe einmal kurz auf können wir uns nicht irgendwie so ne Mausefalle übers bauen so ne kleine Falle das wäre da gar nicht so verkehrt wenn wir uns so ne kleine Falle bauen könnten dann könnten wir die Mäuse fangen ähm ne ne oder weil hier sind jetzt so viele Mäuse äh okay ne Angel an Haken Wasserspender hier Feuer okay was ist das hier ne das sind alles nur so okay aber ach hier Falle ne kleine Steinfalle äh kleiner Stock drei kleine Stock ein großer Stein und ein Seil ähm dann brauchen wir jetzt einen großen Stock äh großen Stein ne haben wir vielleicht einen ganz großen Stein hier irgendwo ganz zufällig dann könnten wir uns ja erstmal nicht hier ne Mausefalle oder was hä ich hör doch was da hat da okay ähm so ne ja also ne Mausefalle machen dann können wir so ne Maus da ist man auch ist da was drinne okay nach so nem Fisch äh ganz zufällig ist hier kein großer Stein ne aber ganz zufällig ist ja kein großer Stein ne schade na gut dann können wir dann können wir hier doch nicht ähm so ne Mausefalle machen hm na gut das ist jetzt äh oder ist die Pflicht einer ne na gut was ist das hier ja ja kleinen Stock dann auch mit ja gut dann lässt sich das nicht erinnern können wir das nicht machen jetzt hätten wir noch ein zwei Mäuse mitnehmen können so als ähm Wegzehrung sag ich mal nehmen wir uns einfach hin schlafen weiter muss es so gehen ja 6.30 können wir aufstehen das ist ne gute Zeit ziehen wir einfach durch und sehr auf Moment wir könnten doch wir haben doch die Schalen hier es regnet doch gerade da können wir doch einfach die ganzen Schalen hinpacken und unser Wasser auffüllen das ist doch gar nicht so verkehrt und das passt doch so okay ähm müssen wir was trinken ja ein bisschen trinken haben so trinken wir erstmal was sieht mal ganz gut aus essen müssen wir auch noch äh ja komm essen wir erst ein Stück Fleisch Kokosnuss ein paar Bananen ähm ja die Nüsse essen wir auch so erstmal trinken da auch super ja durstig durstig sinkt man nicht mehr dann können wir unser ähm Dings hier auch auffüllen dann können wir Wasser mitnehmen langs noch regnet äh ey einmal auffüllen bitte ah du musst es nicht reinfüllen ach komm ich fülle ich das immer wieder rein ach da ist Wasser so wie wir haben jetzt 16 mehr Wasser haben wir nicht ja gut nimm die einfach mit hier wieder so wie sieht es aus mit ja nur ein bisschen was zu essen ne ja gut aber das kriegen wir auch so hin okay ähm wo wollen wir denn wir haben ja immer noch keine Karte das ist das Problem einfach äh ich denke mal wir gehen einfach hier vorne mal längs da ist noch hier so ne die könnten wir doch einfach rüber ne dass wir da vorne mal gucken oh da ist glaube ich eine Höhle oder sowas na einmal rüber laufen oooook nimm los nimm mit nimm auch mit okay was haben wir sonst noch hier wir müssten doch mal gucken war ich hier vorne doch sag ich doch da vorne war ne Höhle wie kommen wir denn da rüber kennen wir die Höhle schon beim Wasserfall hab ich dir eine Ahnung meins Wasser hier so gucken wir uns mal die Höhle an vielleicht ist da ja irgendwas wichtiges was wir uns angucken können ach doch hier waren wir doch glaube ich schon mal oder oder waren wir hier nicht da ist auch noch ne Höhle da haben wir dann immer die Skorpion hier hier haben wir noch einen gefunden ja hier hat mir das so na okay okay dann müssen wir Tabak machen da bitte sehr gut haben wir noch einen gefunden okay er verschwindet erst mal können wir hier mal unten weiter gucken müssen wir mal aufpassen wegen da bleibt noch ein hier vorne hier vorne okay blöden Skorpione ist es unsicher hier gehen wir hier vorne längs da haben wir noch eine Spinne oh vorbeigeschaffen jetzt ist die Spinne auch weg so was haben wir hier oben dann hätten wir noch einen Skorpion auch weg dann können wir hier wenigstens sicher durchlaufen ähm da hätten wir noch eine Spinne Spinne naja fauch mach nicht rum hier so Spinne ist auch weg okay okay komm wir gehen ne wir wollten mal hier gehen mal hier runter unten okay hier könnten tauchen sind wir schon mal getaucht können wir irgendwie tauchen oh ja ja können wir durchtauchen ja kommen wir da nicht hoch geht es da weiter mit dem Schwimmen hm gute Frage jetzt aber hier können wir laufen okay laufen wir einfach mal achso hier können wir wieder tauchen äh okay das ist wahrscheinlich genau das gleiche tauchen wir einfach mal ah okay wir haben Blut Blut Ekel ähm ja wo geht es hoch da können wir hoch so erst mal den Blut Ekel weg machen wo ist er denn da ist er weg damit okay aber was ne okay ja gut dann haben wir uns ja jetzt im Kreis gedreht wir sind ja eben wieder hoch gekommen okay okay ähm von wo kamen wir von ne von da unten von da kamen wir glaube ich ne dann und dann gehen wir hier und also hier können wir auch wieder tauchen also an hier können wir auch überspringen ach komm wir können noch überspringen hopp und hopp oh die haben ja auch eine ruine gefunden ja okay okay da haben wir jetzt müssen das auch schmal hier gefunden noch mal so ein hinweis ist hier was ist hier was oh hier oben okay was ist das können wir uns angucken ne aber oben könnten wir eigentlich auch irgendwie laufen was haben wir hier was 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 wo ist die schlange ne das ist eine spinne ist das okay ähm ja oh hier haben wir ein paar bananen und pilze pilze ist gut nehmen wir mit die zwei bananen da aber was ist denn es hier nehmen wir auch mal mit können wir mitnehmen oh wir haben gar keinen platz mehr da könnten wir eigentlich oh da sind ein paar bananen schlecht geworden okay kein problem ne die nicht die auch nicht die weg ähm die nehmen wir auch mit sehr gut achso das ist ist das die hm okay na gut mal aufpassen hier keine krokodile kommen hier oh kokosnuss kokosnuss sehr gut hey hier unten hätten wir noch eine höhle ja gut gucken wir einmal rein hier wo wir hier rauskommen ok hier haben wir wasser ist das wieder ähm die höhle wo wir eben tauchen konnten ich glaube schon ne oder jetzt müsste sie ja im prinzip dieselbe höhle sein wir könnten aber oben irgendwie mal längs gehen mal gucken was hier oben ist ähm ja im prinzip gar nichts ok äh einmal auch drin ach hier kann ich auch längs hören ne gut na gut ähm brauchen wir das sonst natürlich mal angucken weil das kennen wir ja im prinzip schon haben wir uns ja eben angeguckt oh keine ausdauer mehr äh war ich hier nicht wo war denn jetzt eine ausdauer äh 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 ach da oben da wie sieht es aus mit essen trinken ein bisschen was essen ähm ja wir essen mal eine banane und eine nuss geht auch sehr gut wie spät ist das überhaupt halb zwölf oh hier haben wir ein paar bananen noch eine sehr gut ok oh ja hier haben wir auch noch früchte perfekt nehmen wir alles mit ok hm ok hier hätten wir ein paar fische die könnten uns auch mal ein feuer machen und vielleicht mal so ein fisch mal grillen dass wir was zu essen haben haben wir ein speer mal gucken äh ja haben wir so ja gut das ist doch nicht so gut können wir auch nicht hoch ja gut können wir nichts vorbeispimmen dann müssen wir einfach hier hin schwimmen ach scheibenkleister ok ein schuss ein treffer wir haben hier wieder so ein was ist das jaguar ein jaguar da hätten wir noch vorne einen vogel ja dann haben wir ja fleisch ne durch den jaguar haben wir jetzt fleisch genug dann könnten wir eigentlich auch ein bisschen fleisch mal abbraten machen wir uns ein kleines feuerchen ähm aber wir haben gar keinen platz haben wir wie sehe ich gerade ja essen wir einfach ein paar bananen dann kriegen wir Platz so einmal waschen oh wir haben ähm Würmer gekriegt woher haben wir denn die Würmer so Parasiten hier ok aber das ist kein Problem wir haben ja wir haben ja hier die die Pilze äh die können wir essen so essen ja müssen wir dann machen wir uns jetzt ein feuerchen da hätten wir den vogel oh da haben wir noch eine schlange schlange machen wir auch mit so dann nehmen wir die schlange und den vogel auch noch mit wenn wir den mitkriegen und so viel Platz haben äh äh ja oh jetzt sind wir mega schwer also können wir den vogel noch mitnehmen geht das noch ja sollte passen ne ja super ähm ja machen wir hier vorne hier vorne äh im feuer hin oh hier haben wir noch ein paar ne so ne pflanze für verbände ich habe gesehen du hast noch nicht abonniert aber los jetzt wo ja das ist das ist so